ARD 1969. Es ist Sommer. Die Besatzung der Apollo 11 landet auf dem Mond. Die Spannungen zwischen China und der Sowjetunion gipfeln im Konflikt um den Grenzfluss. Und Willy Brandt wird zum Kanzler gewählt. Der Vietnamkrieg ist in vollem Gange. Die Situation zwischen Ost und West ist festgefahren. Es ist ein bisschen wie heute. Die politische Lage ist angespannt. Die Stimmung ist angespannt. In diesem Sommer, genauer gesagt am 16. Juli 1969, kommt ein kleines Mädchen zur Welt, das sich später einmal anschicken wird, die Verhältnisse zu ändern. Komme, was wolle. Sarah Wagenknecht. Hallo und herzlich willkommen bei dem Sarah Wagenknecht Podcast. Folge 1, die Außenseiterin. Mein Name ist Nina Poppel. Ich bin Journalistin und Politikwissenschaftlerin und der Kopf hinter dem Kanal Nini erklärt Politik. Das Mädchen, von dem ihr gerade gehört habt, ist heute so etwas wie ein Star. Ein Medienstar. Die Politikerin Sarah Wagenknecht ist ein Phänomen in der deutschen Politik. Ein umstrittenes und polarisierendes dazu. Sie kann scharf und zugespitzt formulieren, wie beispielsweise hier. Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das angrößt. Oder hier. Und deshalb treten Sie zurück, Herr Habeck, denn Ihre Laufzeitverlängerung, die führt mit Sicherheit zum Super-GAU der deutschen Wirtschaft. Dankeschön. Aber sie gilt auch als stark in der Analyse unserer Politik. Viele erhoffen sich von ihr auch Lösungen dafür. Nicht wenige verehren sie sogar aufrichtig. Viele Jahre war Sarah Wagenknecht eines der bekanntesten Gesichter der Linkspartei. Das ist jetzt vorbei. Ihren Gegnern gilt Wagenknecht als kühl, berechnend, auf den eigenen Vorteil bedacht, hochnässig und kaum fähig zum Kompromiss. In diesem Podcast wollen wir der Frage nachgehen, wer ist Sarah Wagenknecht? Was macht ihren Erfolg aus? Es soll um ihre Person, ihren Charakter gehen. Wer ist die Frau hinter der Politikerin? Wir haben Sarah Wagenknecht begleitet. Die Regisseurin Henrike Sandner ist dem Leben von Sarah Wagenknecht nachgegangen. Dabei ist die Dokumentarfilmreihe Trotz und Treue entstanden. Die könnt ihr euch in der ARD-Mediathek anschauen, falls ihr das nicht schon getan habt. Hier im Podcast geht es noch weiter hinter die Fassade, der oft so kontrolliert wirkenden Politikerin. Ein Deep Dive in Sarah Wagenknechts Leben. Dabei werden wir von verschiedenen Experten unterstützt, zum Beispiel von ihrem Biografen Christian Schneider. Starten wir doch gleich mal mit einem Behind-the-Scenes. Henrike Sandner ist während der Interviews vor allem die höfliche Bestimmtheit von Sarah Wagenknecht aufgefallen. Bei den Interviews scheint sie schüchtern und wirklich wahnsinnig höflich. Sie weiß offensichtlich auch, wie sie sich in Szene setzt und nimmt das Ganze gern selbst in die Hand. Kurz bevor wir anfangen, bittet sie um eine andere Position des Lichts. Sehr gut gekleidet, tolles Make-up, war sozusagen professionell vorbereitet auf ein Interview mit uns. Und sie hat natürlich in gewisser Weise auch die Situation kontrolliert. Also sie hat auch sehr genau hingeschaut, wie sieht sie aus in unserem Setting? Wie möchte sie platziert sein? In der einen Situation hatte sie bis hin das Gefühl, dass sie so niedrig saß. Sie wollte diese Interviews ja wirklich geben. Und es ist nicht so, dass sie jetzt, wie man so schön sagt, runtergerockt hat. Ja, also das hat sie nicht. Sie hat auf jeden Fall das sehr gerne gemacht. Und es tat ihr, glaube ich, sehr leid, dass sie für uns dann doch weniger Zeit hatte, als ihr lieb gewesen wäre. Sarah Wagenknecht kommt in Jena zur Welt. Ihre Mutter ist Ostdeutsche, ihr Vater Iraner. Er ist damals zum Studieren nach West-Berlin gezogen. Kennengelernt haben sie sich bei einem Besuch des Vaters im Ostteil der Stadt. Sarahs Kindheit ist geprägt vom Anderssein. Ihre Familienaufstellung ist anders, ihre Haar- und Hautfarbe ist anders und ihre Meinung erst recht. Sie fällt auf und das nicht immer positiv. Ihre Eltern können sich aufgrund der eingeschränkten Besuchsrechte in der DDR nicht oft sehen. Um Sarahs Mutter zu sehen, musste ihr Vater immer ein 24-Stunden-Visum beantragen. Mehr war einfach nicht drin. Und als Sarah gerade einmal zweieinhalb Jahre alt ist, verschwindet ihr Vater dann komplett aus ihrem Leben. Ihre Mutter bekommt ein paar Wochen nach ihrer Geburt einen Studienplatz in Berlin zugeteilt und überlässt ihren Eltern für die ersten Jahre ihr Kind. Darum wächst Sarah bei ihren Großeltern in Jena-Göschwitz auf. Ihr Talent zeigt sich früh. Sie bringt sich mit vier Jahren das Lesen bei. Als es Zeit war, in die Schule zu gehen, zieht sie 1976 aus der Idylle auf dem Land in die grauen Blöcke Ostberlins zu ihrer Mutter, direkt neben der Mauer. Also, innerhalb dieser Mauer ziehen sie drei weitere Male um. Erst Prenzlauer Berg, dann Marzahn und dann in eine Gegend voller Einfamilienhäusern Biesdorf und jeder Umzug bedeutet auch einen Schulwechsel. In ihrer Schulzeit eckt sie an, entwickelt sich schnell zur Außenseiterin. Im Urlaub in Bulgarien, sie ist 13, verändert sie ihre Frisur drastisch und trägt nun einen trendigen Schnitt mit einem blonden Streifen. Mittendurch. Sie nennt das ihre Punk-Phase. 1988 macht Sarah Warnknecht Abitur. Das Ziel ist klar, sie will studieren. Ihr Interesse an Philosophie hat sich mit der Zeit zu ihrer Leidenschaft entwickelt, der sie unbedingt nachgehen will. Das Einzige, was noch zwischen ihr und ihrem Studium liegt, ist die obligatorische vormilitärische Ausbildung in der DDR. Die belastet Sarah allerdings so sehr, dass sie nichts mehr essen kann. Prompt wird ihr Verhalten als politisch motivierter Hungerstreik gedeutet und sie verliert jegliche Chance auf einen Studienplatz. So jedenfalls erzählt sie es im Rückblick. Mit dem Kommentar, sie müsse lernen, im Kollektiv zu arbeiten, wird der jungen Sarah Warnknecht einen Arbeitsplatz als Sekretärin an der Humboldt-Universität zugewiesen. Zusätzlich gibt sie russisch Nachhilfe. 1989, das Jahr des Mauerfalls. Das Jahr, in dem die DDR zerbricht. Viele DDR-Bürger zieht es in den Westen. Aber was macht Warnknecht? Sie tritt der SED bei. Der Staatspartei der DDR. Sie hat ein Ziel im Kopf. Der Sozialismus schlägt in einer Sackgasse und sie holt ihn da raus. Also, die Politikerin wuchs ohne Vater auf. Das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Bei ihr ist der Fall allerdings etwas komplizierter. Sie erzählt, ihrer Mutter war immer klar, dass der Vater nach seinem Ingenieurstudium in der BRD zurück in sein Heimatland Iran gehen möchte. Gleichermaßen war es für Sarahs Mutter klar, dass sie in der DDR bleibt. Dazu kommt noch das politische Engagement, das ihr Vater an den Tag legte. Er war Gegner des iranischen Schahs und nahm an Demonstrationen teil. Das sah die iranische Regierung natürlich gar nicht gern. Und 1972 war er dann plötzlich weg. Ist er freiwillig zurück in seine Heimat gegangen oder hat da die Politik mitgemischt? Sarah Warnknechts Biograf Christian Schneider sagt uns Folgendes dazu. Sie hat dem Schah ihr die Schuld daran gegeben, dass ihr Vater nicht mehr da ist. Sie hat ja auch immer die Fantasien, ist er jetzt verhaftet worden, ist er möglicherweise sogar getötet worden. Ja, und der Schah ist der Schuldige, also muss man den Schuldigen beseitigen. Sie hat ernstlich überlegt, sich eine Pistole zu besorgen und ihn zu beseitigen. Es sagt halt eben etwas über die Macht des Verlustes aus, sagt etwas darüber aus, was da in ihr getobt hat. Die Wunde sitzt tief. Sie selbst äußert sich in ihrem Interview mit uns so. Für meine Kindheit war er eine ganz wichtige Bezugsperson, die halt weg war, die ganz plötzlich weg war. Und es gibt Bilder aus der Zeit, wo ich Kind war, wo er da war, wo ich mich dran erinnere, wie er mich getragen hat, wie er mit mir gespielt hat. Und da es keine Videos aus der Zeit gibt, muss das wirklich Erinnerung sein. Also ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie abgespeichert. Und deswegen war das für mich schon ein großer Verlust. Und ich habe eigentlich meine Kindheit immer versucht, irgendwie da eine Beziehung herzustellen, die aber eben ja nicht möglich war. Also ich habe dann Briefe geschrieben oder ich habe eben Persisch gelernt und habe doch sehr stark, war die Kindheit geprägt von diesem Vaterverlust. Wie es um den Kontakt zu ihrem Vater heute steht, möchte sie in unserem Interview nicht sagen. Ob ihr Vater überhaupt noch lebt, geschweige denn, was er so macht oder wo er ist, wissen wir nicht. Natürlich würde man gern mehr darüber erfahren, aber ich finde, man sollte akzeptieren, wenn Sarah Wagenknecht nicht weiter darüber sprechen mag. Als wir sie fragen, ob sie mal versucht hat, in den Iran zu reisen, merkt man, dass sie sich damit beschäftigt hat. Es wurde ihr aber davon abgeraten, da sie sich politisch engagiert und durch den iranischen Vater dort wie eine Iranerin behandelt werden könnte und deshalb mit Konsequenzen rechnen müsste. Ehrlich gesagt wirkt sie irgendwie rastlos, während sie darüber spricht. Es kommt uns so vor, als wäre diese Lücke in ihr immer noch leer. Auf einmal haben wir das Bild eines kleinen Mädchens im Kopf, das verzweifelt nach der Zuneigung und vielleicht auch Anerkennung ihres Vaters sucht. Das lässt auch ihre Antwort auf die Frage nach dem Ursprung ihres politischen Interesses vermuten. Das war für mich tatsächlich, als ich dann irgendwann als Jugendliche anfing, mich mit Marx oder mit überhaupt so den Größen der Arbeiterbewegung zu beschäftigen, war das auch etwas, wo ich das Gefühl hatte, da stehe ich in seiner Tradition. Also wenn ich jetzt einfach nur eben unpolitisch gewesen wäre, hätte ich so das Gefühl gehabt, ich werde ihm nicht gerecht. Also ein bisschen war das tatsächlich auch, also mein politisches Engagement, also man sollte das nicht zu sehr psychologisieren. Aber so ein bisschen wusste ich, ihm war das wichtig und das war für mich dann auch ein Grund, mich damit zu beschäftigen. Sie sagt, sie hatte das Gefühl, sie stehe in seiner Tradition. Er ist verschwunden, also führt sie sein Erbe weiter und engagiert sich, wie er in der Politik, lernt Persisch und trägt persische Kleidung. Sarah Wagenknecht wurde mit einem H am Ende ihres Namens ins Geburtenregister eingetragen. Jetzt steht das H an dritter Stelle. Sarah, die persische Schreibweise. Neben dem Päckchen, das sie schon durch den Verlust ihres Vaters tragen muss, kommt im Kindergarten noch das Hänseln dazu. Ein Kind mit solch dunklen Haaren und dunklen Augen gab es selten. Und dann haben die eben so geguckt und dann gesagt, was ist denn da mit ihr? Und ja, das war für mich natürlich zunächst mal richtig, das tut ja weh. Also für ein Kind tut das weh. Und irgendwie fühlte ich mich dann zunächst mal auch erstmal irgendwie wie so ein hässliches Entlein und habe mich aber dann eigentlich, habe mir dann das Selbstbewusstsein gegeben. Also ich bin aber klüger als die, so habe ich mir dann gesagt. Irgendwie, mir kann das egal sein, was die alle von mir denken. Und mit der Haltung bin ich dann auch wirklich durch meine Kindheit gegangen. Also das hat auch funktioniert. Ihr Biograph erzählt sogar von einem Spitznamen, den die anderen Kinder ihr gegeben haben sollen. Sie wurde von ihren Mitschülerinnen und Freundinnen als die Chinesin bezeichnet. Und sie hat ihr ganzes Leben im Grunde darauf aufgebaut, dass sie diese andere ist. Und sie war es gewöhnt, alleine zu sein und gegen eine Mehrheit zu stehen. Ihre iranische Abstammung war auch nicht das Einzige, weshalb sie Abweisungen zu spüren bekam. Aber ich war dann eben auch noch dick und dann wird man noch erst recht gehänselt. Und das hat mich dann irgendwie gestört. Und es war wirklich so, ich habe mich angeguckt und habe gesagt, nee, so darfst du nicht aussehen. Und dann habe ich mir einmal die Haare wachsen lassen. Also ich hatte vorher so einen Pagenschnitt. Naja gut, der war praktisch, aber nicht hübsch. Also dann habe ich mir Zöpfchen wachsen lassen und habe mich so runtergeguckt, dass ich dann wirklich auch schlank war. Also ab zwölf Jahren, ab da war ich nicht mehr dick. Klar, ein Einzelfall ist das natürlich nicht. Sarah ist mit Sicherheit nicht das einzige Kind, das aufgrund seines Gewichts Mobbing erfährt. Kinder können brutal sein. Auffällig ist aber, dass sie in diesem Zusammenhang weder ihre Mutter noch irgendeine andere Bezugsperson erwähnt. Es kommt das Gefühl auf, sie ist allein, nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause. Genau wissen wir das jedoch nicht. Wir hätten natürlich gern mit Sarah Wagenknechts Mutter gesprochen. Über sie weiß man so gut wie gar nichts. Nicht mal ihren Vornamen. Die Politikerin schützt sie vor der Öffentlichkeit. Unterm Strich bleibt eine Erkenntnis. Sarah Wagenknecht ist schon früh eine Außenseiterin und sie lernt schnell damit umzugehen. Sie hilft sich selbst und bleibt sich treu. Ein Konzept, das sie ihr ganzes Leben lang durchziehen wird. Ihr Biograf findet dafür einen Titel. Man kann für Sarah Wagenknecht eine gute kurze Überschrift finden, was sozusagen ihre psychische Haltung angeht und das ist Trotz und Treue. Man kann das auch so interpretieren, dass jemand die Kontrolle behalten will. Sarah Wagenknecht versucht beinahe krampfhaft, die Dinge in ihrem Leben zu kontrollieren. Sie will wissen, was morgen passiert und mitbestimmen, wie es weitergeht. Kommt dieser unbeugsame Drang aus ihrer Kindheit. Es ist denkbar. Sie konnte so vieles nicht mitbestimmen, wurde hin und her geschickt und war am Ende mit vielen Dingen unzufrieden. Der Verlust ihres Vaters, die nicht enden wollenden Umzüge inklusive Schulwechsels innerhalb Berlins, das Wegziehen aus der grünen Idylle nahe jener. Warum zieht eine Mutter mit ihrem Kind eigentlich so oft innerhalb eines relativ kleinen Kreises um? Da müssen wir uns das Wohnungsrecht in der DDR anschauen. Dazu lese ich euch einen kurzen Ausschnitt aus einem Artikel des MDR vor. Dienstags und donnerstags war Sprechtag im Wohnungsamt. Die Wartezimmer platzten aus allen Nähten. Stundenlang standen junge Muttis mit Kleinkindern an der Hand, mehr oder weniger geduldig in der Warteschlange. Die Kinder mitzunehmen hatte gute Gründe. Für Familien mit Nachwuchs waren die Aussichten auf eine Wohnungszuweisung besser. Je mehr Kinder, desto größer die Chance. Das heißt, wer eine bessere Wohnung haben möchte, muss geduldig sein. Und wenn man Sarahs Erzählungen aus der ersten Wohnung hört, wird einem auch schnell klar, dass Warten auf eine bessere Wohnung war nötig. Wir haben dann gewohnt in Berlin-Prenzlauberg. Das klingt jetzt heute idyllisch, irgendwie hippes Wohnviertel. Damals war das ganz scheußlich. Also das war alles grau, alles hässlich. Wir hatten eine Wohnung mit Außentoilette und Kachelöfen. Also meine arme Mutter musste dann immer irgendjemanden überreden, ihr beim Kohleschleppen, weil wir war ganz oben, beim Kohleschleppen zu helfen, um die ganzen Kohlen hochzutragen für die Öfen. Und das, ja, es sah alles trist aus. Da war nichts grün. Verglichen mit ihrem Wohnort vor der Einschulung erkennt man, der Umzug nach Berlin muss sie hart getroffen haben. Aber hört selbst. Also ich bin ja aufgewachsen in einer Umgebung, da war viel grün, da waren Wiesen, da waren Bäume, die Bäumen blühten im Frühjahr. Und in Prenzlauberg damals blühte nichts und da war kaum was grün. Und das war, es war auch gefährlicher. Also meine Mutter hat mir da natürlich eingeschärft, was man alles da nicht machen darf und so. Weil ich bin ja auch dann nicht in den Hort. Also da wollte ich da nicht sein und bin dann nach Hause. Also war ich Schlüsselkind. Aber das heißt, ich musste über mehrere Straßen, die viel befahren waren. Da liefen auch Leute rum, die vielleicht nicht vertrauenserweckend waren. Das war einfach eine ganz andere Situation. Und ich war immer froh, wenn ich dann wieder zu meinen Großeltern kam. Also ich habe mich da deutlich wohler gefühlt. Über den Grund des Umzugs nach Berlin können wir nur mutmaßen. Die Aussicht auf bessere Bildungsangebote in der Großstadt könnte eine naheliegende Ursache sein. Sie selbst erzählte in unserem Interview, dass sie zumindest in ihrer ersten Schule gut klarkam. Also einmal bin ich eingeschult worden in Prenzlauer Berg, weil wir dort gewohnt haben. In der Klasse habe ich mich eigentlich auch wohl gefühlt. Also das war damals wirklich so, was man heute sozialer Brennpunkt nennen würde. Also da waren wirklich Kinder aus ganz sozial schwierigen Elternhäusern. Ich weiß auch, der eine Junge, der war immer blau und grün geschlagen, also ganz schlimm. Aber ich kam mit, da wurde ich nicht gehänselt. Also das war, da war ich irgendwie angenommen. Also da waren keine Kinder, die mich irgendwie wegen meinem Äußeren oder da war ich ja sogar noch ein bisschen kräftiger. Weil die alle, die hatten alle irgendwie ihre Probleme und da hatte ich Freundinnen und das war eigentlich ganz schön. Auch auf dieser Schule darf sie nicht lang bleiben. Ab der dritten Klasse geht sie in eine Schule in Berlin-Marzahn. Und hier fing es wohl dann auch an. Und dann sind wir aber umgezogen, was damals ein Riesenaufstieg war von Prenzlauer Berg nach Berlin-Marzahn. Weil meine Mutter als Alleinerziehende hatte dann das Privileg, eine Neubauwohnung mit Heizung und Bad und allem zu kriegen. Was für sie ja wirklich eine riesen Erleichterung war. Aber in Marzahn in der Klasse habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Da war auch wirklich wieder ganz, also da waren so Kinder. Ich weiß noch die eine, wie sie dann, da hing ja bei uns im Flur so das Bild von meinem Vater. Und dann hatte ich zunächst mal mich mit dem Mädchen ein bisschen angefreund. Dann kommt die das erste Mal zu uns nach Hause, sieht das Bild und sagt dann, also sich mit so einem Ausländer einlassen, das hätte meine Mutter aber nicht gemacht. So, da war die Freundschaft beendet. Aber es war auch so, also so ein Klima. Also da hatte ich wirklich auch, in dieser Schule habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Sie passte nicht rein und die anderen Kinder ließen sie das spüren. Nach Berlin-Marzahn ging es nach Biesdorf, eine Gegend mit Einfamilienhäusern und einer Schule, die, wie sie sagt, ein bisschen anders gestrickt war. Hier soll es dann auch wieder bergauf gegangen sein. Zusammengefasst kann man also sagen, in ihrer Kindheit und Jugend haben andere über Sarah Wagenknecht entschieden. Der Vater verlässt die Tochter, als sie kaum sprechen und somit auch nicht widersprechen kann. Sie wurde von der Idylle in die graue Welt geschickt und sie wurde in eine Schule gesteckt, in der sie gehänselt wurde. Der erste Berufswunsch der jungen Sarah Wagenknecht ist euch sicherlich auch schon mal durch den Kopf getigert. Schauspielerin. Bei ihr ging es dann bald in eine andere Richtung. Literatur. Das war es, wofür sie brannte. Ich hatte, also eigentlich als ich dann so das ein bisschen rauskristallisierte, da war es dann wirklich so, dass ich mir einen Beruf vorgestellt habe, wo ich eben ja als Wissenschaftlerin, entweder als Germanistin oder als Philosophin irgendwo sitze, an meinem Schreibtisch, Bücher schreibe, lese. Das war so das Berufsbild, wovon ich ausgegangen bin. Sie liest Marx, Rosa Luxemburg, Goethe und Kant und will Philosophie studieren. Doch ihr philosophisches Interesse ist schon in der Schulzeit zu erkennen. Genauer gesagt so mit 15, 16. Goethes Faust. Bevor ihr jetzt bei der Erinnerung an diese Schullektüre die Augen verdreht, wir versprechen, wir fassen uns hier kurz. In der ersten Szene finden wir Faust in seinem Studierzimmer. Umringt von Papieren, der Mond scheint durch das Fenster. Er ist verzweifelt. Was hält die Welt wirklich zusammen? Für Sarah bedeutet dieses Bild viel. Ich habe da, also das habe ich so nachvollziehen können, so, das fand ich irgendwie so ein Sinnbild meines Lebens. Ein kurzer Blick in meine alten Deutschunterlagen sagt mir, Faust hat einen riesigen Wissensdurst und ist frustriert darüber, die Antwort auf seine Fragen auch nach tiefstem Studieren nicht finden zu können. Er fühlt sich eingeengt in seinem Studierzimmer und sehnt sich nach Erkenntnis. Sarah Wagenknecht findet sich darin wieder, eingeengt und limitiert durch andere. Ihre Meinung ist stark, sie ist trotzig und stur. Im Inneren aber, spekulieren wir hier mal, ist sie auf der Suche. Auf der Suche nach dem Warum. Oder sucht sie Halt durch Wissen, wenn sie schon im Rest ihres Lebens keinen Halt finden kann. Klar, man kann hier nur spekulieren. Am Ende können wir ja nicht in den Kopf von Sarah Wagenknecht schauen. Aber diese Ansätze erscheinen uns einfach logisch. Mit 19 Jahren, sie besucht gerade die 12. Klasse, wird sie in die SED aufgenommen. Es ist das Jahr 1989, kurz vor dem Mauerfall. Die Anzeichen des Zerfalls sind unübersehbar. Doch Sarah Wagenknecht hat immer noch Hoffnung, die DDR zum Guten wenden zu können. Also ich bin ja früher dann in die SED gegangen, weil ich das Gefühl hatte, die ganzen Opferen Nisten gehen jetzt raus. Und ich will aber, dass sich die DDR verändert. Für sie waren die Anzeichen des Zusammenfalls keine Sorge, sondern Anzeichen dafür, dass die DDR reif für Veränderung, reif für Entwicklung ist. Das Ganze hatte für Sarah Wagenknecht noch einen weiteren Vorteil. Sie bekam endlich einen Studienplatz. War das ein Grund, so jung in eine untergehende Partei einzusteigen. In der nächsten Folge erzählen wir euch dann mehr zu Sarah Wagenknechts Anfängen in der Politik. Danke fürs Zuhören und hier noch ein Hörtipp von mir. Wenn ihr euch für Politik und Extremismus interessiert, dann möchte ich euch den Podcast Die Faschojägerin ans Herz legen. Erzählt wird die Geschichte der Leipziger Linksextremistin Lina E., die als Kopf einer Schlägerbande verurteilt wurde. Die Autoren haben sich auf die Spurensuche begeben und sind tief in die linke Szene eingetaucht. Die Faschojägerin. Überall, wo es Podcasts gibt. Das war der Podcast Sarah Wagenknecht. Folge 1. Die Außenseiterin. Eine Produktion der Lux Media GmbH für MDR aktuell. Moderatorin Nina Poppel. Autorin Sophie Hilbert. Creative Producer Alena Figueroa. Audiobearbeitung Joachim Lai. Artwork und Social Media Hannes Krüger. Produktion Roxana Hennig. Gunnar Dedio. Redaktion MDR Carsten Heller. Matthias Winkelmann.